ich muss schon da gekommen sein weg da 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 wo davon wo hier war das mit ach hier war glaube ich das gold mitnehmen so was war hier noch drin ach nur das so was macht das eisen jetzt hier weg da ist die spielzeit auch gleich kaputt hoffe ich doch oh bisschen mehr eisen und zack weg damit oh 1 64 schon voll sehr schön so kommt raus ja so pass mal auf jetzt kann auf jeden fall dieses das bisschen hier ist gar weg da ach man toll ist wieder mit dabei ne hier war es noch was ne genau hier war das gold was ich mitnehmen wollte so pass mal auf das nehme ich hier mit und dann hier ist das schnell weg so jetzt finden wir bei denen fackeln kohle kann ich noch was mitnehmen und dann müssen wir sehen dass wir uns vielleicht irgendwo erstmal eingraben aufpassen dass wir uns irgendwo erstmal eingraben wegen 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 50 dollar nein das fehlen erstmal auf jeden fall die sachen so ein bisschen ja ja kohle blöcke und das halt ne das meine ich jetzt damit ein bisschen platz schaffen und dass wir die 1-2 weiter wieder finden ne ich bin bei rumlauferei auch selber schuld ja komm jetzt kohle 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 ach so runter gegangen ne ja klar ach ich weiß ja wo wir sind gut so ja aber ich weiß nicht wo es mit den kisten jetzt war das hat man ok schwert in hand laufen wir den weg hier zurück jetzt hier war es nicht ne doch hier war das super ok hier war es mit dem gold das nehmen wir zuerst das alles nehmen wir auch noch raus so aufpassen das kann ich jetzt auch hier auf einmal runter gehen und dann ist es passiert supi guck mal her und das holzende Maunwip habe ich dann dafür Platz ja nachholen wir uns die Sparte da hinten endlich oh aber die waren wir schon ne ne der waren wir nicht dann machen wir es sonst einfach anders hm ja jetzt aber jetzt passt es siehste die haben wir noch nicht gehabt das ist immer lauter ja wo ist denn der das ist ein schleim oder nicht höre ich doch ich lass mich viel zu viel ablenken jetzt mach ich schon wieder was anderes hier wo hast wir den Smarkton Smarkton muss hier lang ne da war nie da hinten kam ich da runter ne pass mal auf aber erstmal kloppen wir uns hier so unser zweites markt unser zweites markt so so pass mal auf da sind wir noch einer da komme ich von hier nicht dran oder ne 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 keine chance so pass mal auf hier aufpassen dass man hier irgendwas runterschießt aber das Gold ey das machen wir nicht das hat ja keinen Sinn so wo war das jetzt mit dem Abstieg äh ein bisschen vorsichtig runter hier so ungefähr ne 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 pass mal auf ähm oh da war ja auch noch was machte stimmt den hab ich ja noch gar nicht mitgenommen ne jetzt darf er aber mit ich finde aber nur mal so einen ne ich hab mir jetzt hier für drei aber hier für drei und alles voll ne super super wie sieht das holzmäßig aus naja 57 ich kann auch noch ein bisschen was mitnehmen ne dann machen wir vielleicht zumindest den 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 brauchen wir eigentlich gar nicht noch ein paar Stöcke K Akkalks ich kanns gern noch ein bisschen was im Holz mitnehmen die drei noch 47 habe ich eigentlich ein eigenes damit oder was aber nicht ja ich würde schon sagen ich würde schon sagen eigentlich immer so plump ja fällt alles runter deswegen wahrscheinlich also super schlaube so pass mal auf ja 155 ist das genug haben davon 158 denn ich von alleine so ein wärmlich so jetzt hier 61 63 64 sehr schön wo ist der denn ach da so komm her jetzt den wenigstens marktlicht habe ich ja schon geholt jetzt gehen wir hinten runter so wunderschönen abstieg hat ne ja schnauze so waren das jetzt der war noch die war doch war mir nicht so als ob er irgendwie hier das hier war hier runter kam das war das hier nur irgendwo ging es dann auf einmal so schön runter oder bin ich doch der festen meint das wäre gewesen hier wo ich doch so super das müsste auch nämlich das mit dem gold und das sein was wir vorhin gesehen haben das ist auf einer seite das heißt doch schau mal hier muss doch irgendwo dieses markt gewesen sein oder war es nicht doch noch unseren markt hier machen wir einfach mal komm was soll es keine ahnung ich habe doch keinen bock zurückzulaufen zu gucken wo das sein soll aber ich würde meinen das muss doch hier irgendwo sein oder da sind die markte guck mal kriegen wir es doch noch geil ist das nicht schön ach schön um irgendwas völlig überteuertes kaufen zu können was kein mensch sonst braucht da kam ich durch jetzt so runter wie ich es eigentlich gedacht habe es ist weg hier jetzt können wir noch ja das traurte mich auf der seite einfach nur da bin ich mir das auch noch mit hier ein paar eisenblöcke machen das ist auf jeden fall schon ein bisschen spannend dafür müssen wir erstmal ich will mich schon ganz gerne zumindest noch bis da runter graben jetzt überlege ich gerade was wirklich die super idee hier ist hier runter zu steigen das ist ja nun doch nicht so gewesen wie ich mir das gehofft habe ich schubst dir mich nicht runter hoffe ich doch so viel kohl ich weiß ich kann mich natürlich jetzt hier so gerade runter graben ne 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 da müssen wir aufpassen dass wir da runter kommen hm 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 Ja, das passt natürlich auch wunderbar jetzt die Musik, ne? So, pass mal auf. Jetzt müssen wir aufpassen. Pass mal auf, ne? Nicht, dass ich mich hier irgendwas runterschießt oder so. Ein bisschen aufpassen müssen wir nämlich schon. Und vor allem Licht machen. Zwischendurch. Ne, das wollte ich jetzt nehmen, wollte ich jetzt. So, so, sehr schön. Langsam wird das doch, da sind es doch schon, da sind zwei von denen sogar. Das Eisnärm bitte, komm. Ach, da ist doch einer. Und da drüben war noch Gold, guck mal an. Und, ja, und Smaragd da drüben. Das ist vielleicht auch die Frage, wie kommen wir jetzt da rüber? Hm, da müssen wir auch noch was. Irgendwie da rumgraben einmal, geht das? Quasi um den Wasserfall einmal rum. Schaffen wir das? Was meint er, hm? Warte, war die ein bisschen tiefer? Oder wo waren die, auf welcher Höhe? Ungefähr. Also ein bisschen tiefer, ne? Also zwei Böcke auch auf jeden Fall runter. Mindestens, würde ich jetzt mal sagen. Hopp. Hopp. Oh, das ist schön. Hier ist nichts, ne? Gut. Okay, das heißt, wir gehen jetzt mal ruhig mal so jetzt zwei Böcke runter, ne? So auf diese Höhe ungefähr. Ja, können wir das Eisnärm gleich einsammeln. Wollen wir nicht zerkommen lassen, hier. Oh, wir facken mal hier hin. So. Hm. Smaragd. Ich glaube, jetzt möchte ich hier hoch. Smaragd. Komm schon, ich will das Ganze jetzt nur für dich. Jetzt habe ich auch recht darauf, dich zu finden. Ich habe vielleicht auch erstmal ein bisschen für die Erleuchtung hier sorgen. Ich habe vielleicht auch mal so ein bisschen mitnehmen. Hey, wo war denn da nämlich Smaragd? Da war das Gold. Ne, ist auch rum. Ach. Zombie und die. Oh, ich bin auf dem Kindergeburtstag hier. Pass mal auf, da war das Gold. Hey. Oh, mein Spot. Der war dahinter, ne? Wahrscheinlich sogar. Äh, wir sollten vielleicht mal das Bräuche schon gar nicht her. So. Hm, komm hoch. Wo sind mein Smaragd denn? Hm? Da, da sind sie. Jetzt ist doch alles richtig. Alles gut. Alles gut. Da ja. So. Ähm. Ja. Das ist auch das Eisen. Ne, gleich so rumkommen. Ja, ja. Ist schon recht, ist schon recht. Ach Gott, ist ja ein richtiger, ist richtig eine Veranstaltung da unten. So, okay. Okay, Smaragd, Missionsmarkt. Ich will mich nicht irgendwie so. Hm?